so als nächstes gefällt mir auch nicht dass sie über uns ja nur unten erscheint dieses müsste ich auch hier zwischen den beiden links haben dazu frau hess im url zur datei das finde ich hier bei seiten verwalten über uns hier finde ich das sensi about magento demo store das kann man abändern so beliebig wie man will ich nehme einfach den und erstmal nochmal einen referenztag und wie gesagt dem url dazu müssen wir nur das hier eingehen und das war's jetzt einmal speichern den cache nochmal erleden also im normalfall damit ich das nicht immer wiederholen muss deaktiviert ist das hier den layout cache das muss man mal hier markieren und deaktivieren dann braucht man nicht immer den cache zu entleihen so jetzt nochmal aktualisieren und jetzt haben wir den link hier zur Seite über uns dann wieder zurück zur Seite und das war's so einfach geht das so dann ist verabschiedemis und auf Wiedersehen